Ich habe früher im Softwarebereich gearbeitet, war da sehr lange tätig und es war mir irgendwann nicht mehr genug. Es war zu viel mit der Maschine zu tun und zu wenig mit Menschen. Und von daher kam dann irgendwann der Entschluss, zwar schon spät, aber er kam dann nochmal umzusteigen und den Beruf als Lehrer zu ergreifen. Ja, meine Erwartungen an den Lehrerberuf waren schon relativ hochgeschraubt. Und ich muss sagen, sie haben sich alle erfüllt. Ich bin ganz glücklich mit dieser Wahl. Mir macht es Spaß mit den Menschen, mit den Schülern zu tun zu haben, die sind schon relativ groß, die entwickeln sich aber immer noch. Es ist spannend dazu zu gucken. Ich finde es total interessant, was da passiert, was auch zwischen den Schülern dann so abgeht. Und mir macht es auch nach wie vor Spaß mit dem Fach an sich, Informatik.